Hallo, ich bin die Merve und ich bin Chef-Einkäuferin in der Beauty-Branche. Ich bin seit fünf Jahren bei Kiprov. Ich habe mich nicht so gut gefühlt, ich habe sehr darunter gelitten, ich habe mich immer hinter meinem Make-up versteckt, ich habe immer fast zwei Stunden gebraucht, um wirklich alle Rötungen so perfekt wie es geht abzudecken, damit ja keiner mitbekommt, was irgendwie dahinter los ist. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt und meine Lebensqualität hat super darunter gelitten. Akne ist sehr hartnäckig und man kann sehr, sehr viele unterschiedliche Ursachen haben. Die Patienten sind sehr unzufrieden oft mit ihrem Hautzustand und leiden extrem darunter. Es beeinflusst nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihr Wohlbefinden und damit auch ihr Selbstbewusstsein. Also es ist nicht nur so, dass sie sagen, ich habe einen Pickel, sondern es nimmt wirklich ihr ganzes Leben irgendwo beeinflusst es. Und deswegen gilt es, dieses Problem auch wirklich ernst zu nehmen. Wir haben eine eigene Hormonsprechstunde, wo wir zuerst die hormonellen Ursachen abklären. Aber Akne kann natürlich auch ernährungsbedingt sein oder auch stressbedingt sein. Wichtig ist für die Patienten, dass sie wissen, dass wir ihre Beschwerden einfach lindern können. Wir haben tolle Behandlungsmöglichkeiten und auch viel Erfahrung, vor allem für die akute Akne. Aber auch Aknenarben lassen sich sehr schön verbessern und die Patienten leiden oft jahrelang darunter. Deswegen ist es umso wichtiger, auch diese zu behandeln. Ich war schon vorher bei Ärzten und ich habe mich bei keinem wirklich wohl gefühlt, weil die Atmosphäre sehr steif war. Es war immer... Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Deswegen habe ich leicht gezögert, herzukommen. Als ich dann aber im Warteraum gesessen bin, fand ich die Atmosphäre sehr locker. Es war wirklich überhaupt nicht so steif, wie ich es von früher kannte. Und als ich dann zur Frau Dr. Anna Maria Kiproff eingegangen bin, hat sie eigentlich sehr freundlich gewirkt von Anfang an. Und sie hat mich gefragt, wie sie mir helfen kann und ist eigentlich direkt darauf eingegangen, was ich eigentlich wollte. Und sie war nicht wirklich eine, die mir dann immer gesagt hat, naja, aber du hast noch vergrößerte Porn und du hast noch dies und du hast noch das, sondern es war eher ein Okay, ich verstehe dein Problem, wir können was dagegen tun. Die Behandlung war eine super Lösung für mich. Es war eine schnelle Lösung, eine super wirksame Lösung noch dazu, weil das Beta Peeling, also die Behandlung selber, die dauert gerade mal fünf Minuten und man ist fertig. Und das finde ich eigentlich super, weil das kann man einfach zwischendurch machen und spontan wieder einfach kommen und machen und das hindert mich einfach nicht an meinem ganzen Alltag. Ich kann das wirklich zwischendurch einfach einschieben. Auch für die Merve haben wir ein spezielles Behandlungskonzept zusammengestellt. Wir haben bei ihr mit chemischen Peelings begonnen, um den Hautzustand zu verbessern. Und um dann diesen schönen Teuh auch zu erhalten, haben wir auf eine Kombination von Microneedling mit Glykolsäure Facials gesetzt. Und für die Nachsorge für Zuhause hat sie Kiphoffcreme mitbekommen, um das auch ein bisschen noch zu unterstützen. Nach der ersten Behandlung hat man schon einen deutlichen Unterschied gesehen. Ich habe schon richtig gemerkt, es passiert was, die Haut ist viel schöner geworden, ich habe schon einen leichten Glow gesehen, die Rötungen sind wunderschön nach hinten gegangen und es ist einfach gleich mit der ersten Behandlung schon ein anderes Lebensgefühl gewesen. Nachdem wir dann mit der Kur fertig waren, kann ich sagen, habe ich mich wie ein anderer Mensch gefühlt eigentlich. Es war, ich musste nie wieder einfach ein Make-up drauf geben, ich musste mich nie wie irgendwie zwei Stunden vor einem Termin schminken, sondern ich konnte auch ungeschminkt einfach mal das Haus verlassen und diese Belastung ist einfach weggegangen. Es war einfach eine Last, die von den Schultern gefallen ist eigentlich. Ab und zu, wenn ich das Gefühl habe, meine Haut ist wieder ein bisschen unruhiger, komme ich auf ein Better Peeling vorbei und gleichzeitig mache ich auch regelmäßig den Beauty Booster, wo die Wirkstoffe auch an meine Haut angepasst werden und an die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut, ich bin einfach so rundum happy, weil ich finde, sobald die Haut schön ist und sobald man eine für sich selbst schöne Haut hat, fühlt man sich einfach im Körper viel wohler und man hat ein ganz anderes Lebensgefühl. Sobald im Kopf